Magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen! Los jetzt! Sie plündern das Labor. Der andere Magist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung! Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Mal sehen. Leo, stop! Ah! Es ist also nur ein Märchen. Was ist passiert? Rippenbrüche. Lungenriss. Er stirbt. Ihr braucht Raffards Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wese mir. Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Wache und kümmere mich um Leos Leihnam. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kermorhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie brauche ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören, Endlich wach, Merigold. Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen, Leo. Wir sehen uns später.